Hey Luiz, was geht? Hier ist ihr Nervantrill und ja, heute gibt es für euch ein etwas anderes Video, ein etwas spezielleres Video und zwar zeige ich euch heute meine Top 3 Packs und was ich darin gezogen habe. Ganz zum Schluss gibt es dann auch einen Trickshot mit einem Gegenstand, den ich im Pack Opening in diesem Reaction Video sozusagen gezogen habe. Und ja, ich hoffe, euch gefallen meine Reaktionen, auch wenn es beim letzten Pack, vor allem also beim dritten und letzten Pack, ein bisschen lauter wurde, weil ich mich da so dermaßen gefreut habe und ja, ich hatte die Augen zu beim letzten Pack und habe sie dann aufgemacht, zack, da war es. Und ja, viel Spaß beim Video, tschau'sen. Oh, die Marshall, yes, alter, ja man, so muss das sein, Leute. Ja, Digga, da haben wir eine neue Waffe, was geht? Nice one, nice. Ja, Mann, ich freu mich grad. Digga, wir ziehen nur Scheiße. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich sagte gerade, ich zieh nur Scheiße und ich zieh den Schraubenschlüssel. Let's go. Es ist viel zu spät. Leute, es ist ein Uhr in der Nacht, Mann. Und ich zieh einfach den verkackten Schraubenschlüssel. Lol. Oh, ich liebe solche Reaction Videos, ne. Ich hab grad wieder ein paar ZD-Punkte gekauft und ich zieh einfach den Schraubenschlüssel. Boah. Nochmal Augen zu, ich hab jetzt die Augen zu, ich seh nix. Äh, aufmachen. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich hab Butterfly. Ne, ich hab die Augen zu. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ne, ich, ich hab, nein. Nein. Das letzte, Alter. Nein, das, Alter, Leute. Das letzte Pack. Sorry, dass ich euch so in die Ohren schreie. Das letzte Pack. Ich mach die Augen zu, ich sag's ja noch vorher. Und ich zieh den Butterfly. What the fuck, Leute. Boah, nice. Ja, man, Leute. Das ist, ja, das ist nice. Boah, ja, ich bin gehyped. Ich bin gehyped. Und auch Infrarot und Leela. Ja, man, das ist geil. Nice one. Okay, Leute. So, jetzt hab ich vielleicht getrocknet schon was. Das ist geil. So, jetzt hab ich vielleicht getrocknet schon was.